moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video gta tipps und tricks ja heute mit einem weiteren teil der peyote droge ja also ich habe die peyote droge gefunden und ich zeige euch erst mal wo soll ihr fahrt hier hin zack ich glaube das ist eins von diesen beiden häusern da ich glaube das oder das müssen wir mal gucken ja hier los santos halt ne fahrt hier hin sondern geht hier hinter dieses haus so ich zeige euch das hier noch mal so ein bisschen die umgebung und halt hinter das haus so hat hier so eine komische einfahrt mit so komischen tor das überhaupt nichts bringt sondern das ist wirklich echt einfach ich habe mich auch echt schlapp gelacht weil ich habe die ganze zeit hier hinter geguckt aber es ist da in diesem topf ja seht ihr so dann halt dann jetzt das gewöhnliche spiel peyote droge essen mal gucken was dabei rauskommt was werden wir holen ich tippe auf einen vogel und wie geil ist das denn wie geil ist das denn ein kleiner bis und die rohe ist kaputt weg weg wenn ich dich mal ach ich noch nicht weg wie willst du denn wie warum renne ihr denn weg von mir schneller und ua Was? Oh, ich hab schon zwei Sterne. Aha. Okay, ich würd sagen, dann war's das auch mit dieser Folge der Peote-Droge. Ich werd mich wieder auf die Suche begeben. Hey. Ja, ich werd mich auf die Suche begeben und eine neue Pflanze finden für euch. Ja, bis dahin. Euer Nico von The Bros. Ciao. Ich hab mich auf die Suche begeben.